Was ist das Pang? Das Pang ist Energieaufsteigen und wird mit dem Bogenschritt zusammen durch das Aufsteigen und Hochheben des Arms symbolisiert. Sinken, drehen, Schritt und beim nach vorne gehen kommt der Arm hoch. Und wieder zurück. Energie steigt auf im ganzen Körper durch das Heben des Arms. Das Pang ist im ganzen Körper spürbar, also das Ausbreiten der Energie ist im ganzen Körper spürbar. Es ist nicht nur das Hochsteigen der Energie, sondern man merkt das Pang, das Ausbreiten der Energie im ganzen Körper. Es ist das Gefühl von, ich stehe hier in der Welt. Hier ist Kraft ohne Anspannung der Muskulatur. Aus der Struktur des Körpers heraus wird die stabile Position Pang gehalten. Aus der Struktur des Körpers